Wir kaufen ihn mal kurz, so spaßeshalber. Können wir nicht, weil wir keinen Wurm dafür haben. So, dann kaufen wir ihn uns doch mal. So, dann kaufen wir ihn uns doch mal kurz. Faster Attack. Das wollen wir doch jetzt mal kurz gucken. Okay, das ist wirklich Fast Attack. 32 bis 40, 32 bis 41. Pumpen wir den mal hoch. Je schneller wir angreifen können, umso besser. All of accuracy, all of accuracy und... Das war's eigentlich schon. Hm, ja. Wow, what can I do for you? Den wieder verkaufen. So, das sind jeweils 10.000. Sag mal. Danke schön. Was soll das jetzt schon wieder? So, jetzt hab ich nur noch... So, das sind alle Squad of Town Portals. Ja. I sense a soul in search of answers. Oh, ist nicht zu, weil ich wieder irgendeine... Oh, Stärke Potion. Dog? Kratzi. Ja, aber erst erst mal die... Ohne verkaufen. Ohne verkaufen. Was ist mit Pepin? Hat er auch gerade noch wieder Elixiere zum Verkauf? Was ist mit dir, mein Freund? Also ja, ein Stärke und... ...wei Dexterity. Und sie hatte, glaube ich, auch ein Stärke. Die Magic brauche ich nicht zu. Deswegen kaufe ich nur die Stärke und die Dexterity. So, und sie hatte, soweit ich weiß, auch einen Stärke. Ja, Magic brauche ich nicht mehr. Ja, das kann sich sehen lassen. Also bei Damage meine Hit-Chance und meine Armor-Klass. So. Dann heißt es für uns... Äh... Ja, den Holy Boats, den kann ich mal mitnehmen. Alles andere hier ist wertlos. Das war die Niveau, die ich illusions... Der sich zum Verkaufeln bei dir, was ich mir alles zum Verkaufeln wäre. Und dann ist es für sich, was ich zu helfen. Noen wenn man mir ist, was ich mich nicht mehr läßig. Also, ja, ich muss sagen, okay, pff, ne. Ich muss sagen, die... Höhe Angriffsgeschwindigkeit, die macht sich bemerkbar. Höhe Angriffsgeschwindigkeit, die macht sich bemerkbar. Ja, und da wir jetzt wissen, dass es uns als Mönch nicht viel bringt, ähm... Stärke... äh... ...ne bessere Rüstung zu tragen, also stärkere Rüstung. Gehen wir weiter auf Dexterity am besten. Gut, ne Blutfontäne, an der wir uns heilen können und mehr nicht. Und ja, wie gesagt, das Cape lasse ich da liegen. So, ich glaube, wir haben alles abgedeckt hier. Vier Räume im Quadrat. Das heißt, wir können unser... Ach nee, das Buch war da oben. Oder? Wo war das Buch? Oho, Büchlein. Da. Warlord of Blood. Ja. Warlord of Blood. Haben wir jetzt ein Kämmerle geöffnet? öffnet. Mein Blatt singt für dein Blut, mortal. Und von meinen dunklen Meistern wird es nicht verabschiedet. Ja, komm. Komm ruhig her. Komm, Pussy Pussy. Your reign of pain has ended. Your reign of pain has ended. Sie sind noch nie wont rum Jetzt sind wir schon wieder voll, fast. Wann ist das? Wann ist hier? Wann ist es nicht Ah, auf der anderen Seite gibt's ja auch noch. Gut. Wie der Zeug zum Identifizierenden verkauft. So. Was ist dir, mein Freund? War ich schon wieder neu, oder? He, weiter. Wow, was kann ich für dich tun? Maze kann weg. Schwert kann weg. Die Armour bringt absolut nichts. Das kann auch weg. Was ist dir, mein Freund? So. Stärke. Stärke. Magie brauchen wir nicht. Dexterity. Weg. Damit. Eins. Dann bei Adria vorbeigucken. Okay. Die hat nur Magic. Okay. Stärke. 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 Das ist wert gewesen. Gut. Das wollte ich nicht. So wollte ich das. So. Gut. mein Freund. geht's immer wieder. Eid Wie. Äh. Ó. Für michgrid, wenn sie nicht. Zündchen надо machen. Das Todeskumbando. Das Todeskumbando. Okay, die Magistrate sind jetzt nicht so schlimm. So, erstmal mehr Vitality. Okay. Mama Mia. Äh, ne, die brauche ich nicht. Die Lederrüstung. Äh, ja. Oh, dann ist das eine Post dabei. Äh, nicht so schön. So, ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Geh! 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 Puh, hab eigentlich erwartet, dass es schlimmer wird. Elixir of Strange. Ah, da habe ich nichts dagegen. Potion of Mana. Da sage ich auch nicht. Nein, dazu. Zwei Potions. Potion of Mana. Au. Dazu sage ich allerdings nein. Das ist ganz sicher. Wird man das, die wir nicht mehr verlegen. Puh! 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 Okay. Nein, danke. Dafür habe ich jetzt gerade irgendwie nicht die Nerven. Äh, identifizieren. Stay a while and listen. Wow, what can I do for you? So, Crystal Gate Sword kann weg, Axt kann weg. Resist Lightning. Soll ich mal behalten und ausprobieren, wie viel Schaden das wirklich von denen... ...Psychos wegnimmt. Ich verringere zwar meine Rüstung, aber erhöht meine Resistenz. Ja. Aber jetzt erstmal das Spiel speichern und dann gibt es einen Cut. Also, bis gleich. And then, bis gleich. Solland, bis gleich. Wie Sempre pieceable und Herz. Und hier, bis gleich. Ich freue mich.